was glaubt meine freunde und weiter geht es weiter geht es auf jeden fall was hat er uns gesagt das haben wir gemacht oh da ist auch jemand als ob wir da direkt hinkommen was aber ich würde trotzdem erstmal den kämpfer da rechts herausfordern wenn es geht na 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 no wie gruselig ey lass mir die Ruhe komm hier Dach Steigerei auf Dach Schlägerei auf Dach, Urinio! Genau, this is it. Alright. Bitte. Hey, ich will jetzt... Warte mal, ich will zu dem... Es sei denn, ich konnte da oben zu ihm im letzten Part, aber ich habe es so nicht gebracht zum Gegner da oben. Oder zum Kämpfer. Was? 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 Was denkt ihr sich? Na ja, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Von hier aus nämlich. Kann ich hier irgendwie weiter. Oh nein. Ich will da hoch? Das gibt es doch nicht. Hä? Was hat der gesagt? Den Weg zum Mut weiß dir ein Mädchen, welches ihre Freunde hat. Was soll denn das jetzt heißen? Ich will da oben. Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Ost-Süd... Ja, das ist Ost... Südorinio. Oh, dann wieder Südorinio. Oh, dann wieder Südorinio. Aber... Hier waren wir nicht. Da geht es da hoch. Da geht es da runter. Was? Könnt ihr mal bitte da hoch? Was? Hey Mann! Ich will... Ich... Ich will... Ich würde gegen den Camps unsauen. Aber wie komme ich da hin? das ist doch mit Ost-Süge und Süd-Blabla, genau, und von dort aus, ey, unglaublich, echt. Wie komm ich da hin? Naja, keine Ahnung, ich mach einfach mal hier weiter. Ey, das gibt's doch nicht, ich will da hin, warte mal, nein, ich will da hin. Na, schön was, mach's gut, meine. Whatever, vielleicht hab ich irgendwas übersehen, aber wir machen einfach mal hier weiter. Und, wenn das schon was masterisch wird, also, ganz ehrlich, vielleicht hat's hier doch irgendeinen Weg frei, wenn ich weiterspiele, kann ja auch sein. Naja, oh. Noi. Was? Noi. 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 Aber nein. man erwartet das erscheinen eines helden sony doll jetzt verlaufen sony ganz verlaufen keine ahnung was er sucht durch den falschen spiel oder auf der falschen man Wie ist das so fliegt? Wie der den so rauspackt, so aggressiv. Really? Mother Brain. Scheiße, ist für mich ein Spoiler. Breath of the Wild habe ich noch nicht ganz durchgespielt. Hilda ist sicherlich aus Breath of the Wild, sieht so aus. Egal, nicht schlimm. Hast du das Schicken hier dran? Helfort ruf in den Gegner. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Let's go. Die Hilda. Oh mein Gott, das ist so ein Spoiler, Mann. Was? Was ist da? Was ist das da oben? Hm. Ja, 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 ja Ja, 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 ja чет aus und die reichheit von der Seite ist schon jetzt aber wer freunde ist vor dem meisterschwert master kann ich mal durch die symbole freischalten ja einen haben wir schon aber ganz ehrlich ich will dahin naja was soll's warte mal jetzt haben wir von dort kommen wir da ja irgendwas einfach mal hier weiter links jacoob wooo gerne muzik und Zwei rundwege gesäumt von feuer die flammen zeigen die stunde Zwei rundwege gefolgt von feuer hdf Manon Zwei rundwege gesäumt von feuer die flammen zeigen die stunde welche flammen Oh mein Gott Zwei rundwege gefolgt von feuer hdf bitte Manon Manon Gewonnen Die werden die auf die stage packt immer So witzig Haha Pfff Jetzt gehts hier weiter Ah Wahrscheinlich zu nicht ihr feuer Zwei rundwege Zwei okay oh 1953 das sei ja irgendwas, сама nicht es sei in feuer Ey O Oh nein, ich hab's verkackt. Doch nicht. Aber alles aktiviert so. Weiß ich meine, ob da da kommt was. Was sagst du? Den Weg zur Weisheit kennt die Königswächterin, gefangen im Herzen des Ziffernblatts. Der Fackelstein zeigt die Stunde, schaffe die Zeit, die wir sprechen. Der Fackelstein zeigt die Stunde. Böde. Oh. Ah! Das ist Zanzikur, oder was? Ja, okay, also da fackelt was. Der Fackelstein zeigt die... Fackelstein, sorry, zeigt die Stunde, schaffe die Zeit, die wir sprechen. Wie soll ich die Zeit verschaffen? Acht Uhr, 20 Uhr, oder was? Hallo? Er schafft... Was? Wie? Oder habe ich das aktiviert? Ach so, das soll ich... Das soll ich... Einfach... So richtig rein denken. Aber der Fackelstein, wo ist denn der? Oh. Jetzt ist es aggressiv. Zahel! Zahel, komm nach Hause! Zahel, komm nach Hause! Was? ok shop 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 nicht durch fackel schein wo ist in der fackelstein warte mal fackelstein, seh ich hier irgendwas, ja ich sag nie aber, seh ich hier irgend so ein schein oder so auf der map irgendwie, warte mal warte mal, warte mal ich sehe keinen, hä? schaffe die zeit die wir sprechen die zeit die wir sprechen, STONES warte mal, was steht hier den weg zu weiß erkennt die königswächterin gefangen im herzen des ziffernblatts äh, ziffernblatts, gefangen im herzen des ziffernblatts wir sprechen hier von einer uhr, das ist die mitte der uhr oder, denk nicht zu komplex da, die ist gefangen, die ist gefangen im ziffernblatt, ok und was ist das mit der? den weg zu weiß erkennt die königswächterin gefangen im herzen des ziffernblatts, ok ja, alles schön und gut was ist mit dir? der fackelstein zeigt die stunde, ich schaffe die zeit die wir sprechen ja, der fackelstein zeigt die stunde ich muss quasi eine uhrzeit bilden, ja wir haben in der mitte die stunden und drumherum die minuten aber wo ist der fackelstein? wer zeigt mir die stunde? der fackelstein zeigt mir die stunde also versteht ihr das meine? das habe ich schon so gerafft aber welche uhrzeit muss ich abbilden? der fackelstein bitte? ne? ich hole mir mal da oben noch einen tipp vielleicht hat noch nie hey, ich muss eine uhrzeit abbilden das ist schon, wir wussten aber welche? hm das und mehr gleich in one piece geh mal schlafen so kaputt wie du aussiehst oh lol der fackelstein zeigt die stunde der fackelstein zeigt die stunde das sammisch tiri 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 vielleicht gibt es einen tipp wie gesagt von der eule da oben oh geile musik dornbohn hikari bei ist das he hat 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 Die Arme Die Ulzi ab Au, Mau Glauben Aus mir Okay Okay, stop, 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 stop Ich muss mir vielleicht mal die ganzen Web vielleicht betrachten Oh, Dunden Ja, endlich, du kleiner Penner 12 Uhr 10 muss ich abbilden, sag's doch gleichsam mal Können wir die ganzen Reste sparen Also hier, das ist ja schon jetzt 10 Und hier steht 12 Uhr Jetzt, danke Okay Oh, wie nett Kommen wir da hin? Das will ich wissen Impa Was für ne geile Musik, das ist halt the Legend of Zelda ein Fuck Ah so geiler Oh mein Gott. Oh mein Gott war zu langsam. Das ist alles für Impa oder was? GG! Wir müssen nach rechts auf jeden Fall noch ein Rätsel machen, im letzten Part kam ich nicht drauf, aber ganz sicher so schalten wir dann sicherlich auch Charakter frei. Aber, jetzt sind wir erstmal vier lang. Oh! 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 Jetzt! Du kommst halt nicht mehr rein. Du kommst halt nicht mehr rein, hab ich dir gesagt! Aber jetzt befreien wir noch den Kämpfer am Ende, Freunde! Und dann machen wir mal den nächsten Rätsel. Jetzt will ich schon wer hier ist. Leute, wir haben Zelda echt nicht. Wir haben keinen Zelda. Okay. Was? 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 ein so freunde am ende haben wir noch zelda befreit dann würde ich sagen machen wir ab hier dann nächstes part weiter wir schlagen uns hoch den kämpfer ganz rechts haben ist ich muss noch mal in ruhe ansehen im nächsten part dann lösen das geht auch denn uns fehlt noch ein emblem ok ihr wisst wo es dann im nächsten part weitergeht wir gehen dann hier rüber holen uns das meisterswordl und dann checken wir mal ab wie wir hier kommen zu dem penner wo ist er wer auch immer hier ist da zu dem jedenfalls meine vielen lieben dank fürs zusehen ich hoffe dass es euch gefallen wenn ja gebt den ganzen like und wir sehen uns das nächste mal was wir können weiter oh ich dachte schon okay wir sehen uns das nächste mal haut rein freunde peace imma get up back after i'm done i'm done next time you wait won't be alright